Liebe Tante, es waren sehr schwierige Monate. Wir schreiben dir, welches Wort ein Happy End gibt. Sie wollen ein Haus verkaufen, Tante. Unser Haus! Wir haben jetzt wieder einen ganz gefährlichen Menschen zu tun, der hochintelligent ist. Könnt ihr mich überwachen? Hä? Outta das! Outta das! Se Schauhing! Es gibt keine Freiheit mehr. Überall ist der totale Überwachungsstaat. Ich habe Angst, ich fahre etwas. Die Schweine werden kommen. Ich habe Angst, ich fahre etwas. Wo ist der Rentner, der in der Nacht auch heute in seinem Haus in Biel auf einen Polizisten geschossen und diesen schwer verletzt hat? Und nun wünsche ich Ihnen eine fröhliche Jagd. Demonstragete include Newton